es ist so eine blöde kuh ich hab's nicht schlecht leckt mich doch ja und doch noch mal natürlich ja bleibt mit deinem hinterrad auf mir stehen das ist gut es tut richtig gut so jetzt was am platten ja ich komme auch schnappen hier das auto aus der kollege ja glaubt es oder nicht ich glaube das autos zu langsam wo alt da hinten geht schon die party los an die panzerland wieso wieso krieg ein stern ach so ja ich habe das auto geklaut stimmt ja nein zehnmal gleich in die luft gejagt und ich werde sie mal gleich drei sterne zu herr officer das wird lustig knapp aber es hat geklappt ich hab's gesehen wie du geflogen bist ja gut nice nice game los hey ganz ruhig halten aber du sollst auf ihn schießen du vogel alter ey da steht ein polizist vor mir und der zieht auf den anderen 30 meter entfernt steht also das gibt es doch ja nicht hier wo sei denn na dann eben nicht holt auf die scheiße schnell 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 zieh hoch zieh hoch ich wurde einmal getroffen scheiße okay die lenkung ist kaputt das ist so gut wie nicht mehr fliegen ich konnte nicht mehr steuern verdammt die bescheißen mich na toll jetzt ist so hocker 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 hockerlich wo bin ich denn hier landet wieder ein bisschen kack geworden wird ja auch mal zeit habe ich eigentlich geld bei in einem krass wie brutal ey ja man steht selbst mit dem panzer auf mich kennt man gar nicht von von gta echt nicht ist da eigentlich immer sowas wie mit einhorn streicheln und sowas ja echt sag mal wieso habe ich hier ständig irgendeine markierung auf dem dingens ich habe eine markierung gesetzt gehabt aber du bist ja nicht mal mein club kann ich da ja nicht sehen nach genau wo oben ist denn schon ja ja komisch da frage ich jetzt mal hin ach so du bist ja ach ja 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 moment du bist ja vorhin mit mir im bus gewesen wahrscheinlich deswegen ich habe so eine sms bekommen dass sich da so jemanden killen so wem denn im umkreis von dem ziel ach ja 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 mache ich auch ab und zu mal so was geht hier ab halt 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 du bleib stehen bleibt bleibst ja nicht das auto will ich nicht da ist noch ein motorrad du brauchst ruhig sitzplatz so eins geh kurz wie ich hier mit dem motorrad durchrausche rush rush haha geile sache mein so ist ja gleich bescheid ich bin dann überlegen ob ich es nochmal versuche mit einem jet aber ich glaube die sind da gerade zu sehr auf gestachelt meinst du ich glaube ja wo bist du eigentlich philip na ich wohne gerade die militärbauer weil er noch ein bisschen drauf und ein paar sterne abzukriegen ach da hinten bist du da kommen wir alle gut na gut wahrscheinlich packe ich mich hier vorher aufs maul bevor ich da rüberspringe ja okay mit dem motorrad kann man nicht durch den zaun fahren das ist schon mal steig auf mensch wir müssen uns beilen ja schnauze ich nehme ein hybrid auto weil der alter leute ich habe da nur ein motorrad ruhig auf alter sofort beide reifen durchgeschossen äh meine du bist tot echt verdammt ja gut dass du es mir sagst ich hätte es nicht geglaubt auch alter da rennt man nur auf die straße wissen und und wird sofort über den haufen ja das kann ich jetzt hier brauchen wo bist du nach oben bei der polizei ja 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 gleich um 17 ist da irgendwo klingen hören aber ich höre nischt so warten wir mal hier bis ein schönes auto oh da ist schon ein schönes auto ins maul mal weiter raus da hä ja warst du wohl zu nah dran wo die 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 loswerden dafür spaß ja ja musst du dich verstecken und dann motorradclub mit dem mit dem mit dem gezogenen mittelfinger vorbeifahren oh jetzt kommen sie alle gut gut marco gleich wirst du unten sehen philipp ist gestorben jetzt jetzt kann ich mir lange dauern 321 er hat überlebt er ist gut alter aber gleich gleich hast du es da siehst du ich kann hell sehen wow im dunkel ja sogar wenn es stock und dunkel ist die ich sogar habe da ist ein roter toten kopf ich musste mal die sache werden alter ich musste mal die sache werden da hast du die bank ausgeraubt nein ich suche gerade jemanden irgendwo soll es einen klären geben oder so wenn ich in der nähe bin aber wenn ihr die fresser nicht hält dann können wir uns stören was warum nicht soll ich dir helfen wo denn wo ist was ist denn da ich habe hier mal geparkt da schießen ich habe das bild aber jetzt nicht mehr weil ich die sms geöffnet habe ja du musst noch mal gucken ja wie platzkopf 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 mit weißem t shirt und mit mit ja stimmt und er soll hier in der nähe sein ja er soll hier in dem umkreis sein ja ok wo ist meister popper die sie hm Hm, fang dazu. Na sowas. Die Dame ist nicht Meisterpropper. Hatte ich fall hier nur rum und ich werde sofort angehübt. Ja. Unglaublich. Steht hier was feindet? Ja. Sollen wir den umlegen oder was ist mit dem? Marco soll ihn umlegen, ja. Ich bin mir den einfach mal nehmen. Warum nicht, war? Steht der hier nur so rum. Ist nicht mal abgeschlossen mit dem, cool. Schauen, ob ich mich wegschleichen kann ohne Sterne zu kriegen. Oh, bis jetzt sieht's gut aus. Nice. Sehr, sehr gut. Boah, das sieht voll eingegraben aus, wenn ich am Strand rumfahre. Wie geht's? Kann ja auch da unten sein, also ist der Umkreis so groß. So gut, gerade. Naja, bis... Warte. Auf der Karte siehst du bis hierhin. Okay. Ich fahre noch hoch. Ich fahre noch hoch. Ich fahre noch hoch zu kommen. Geil. Scheiße. Scheiße. Hast du denn unten irgendwie eine Zeit, die abläuft oder so? Nö. Okay. Den habe ich gekriegt ohne Sterne. Ja. Neuware. Von der Warte, oder? Ja. Oh, wei. Ey. Seid einfach vorbei. Jetzt was gesagt, ich könnte sie aufhalten. Ja. Hier ist so ein Trevor-Auto. Ein Trevor-Auto-Suit. Hä? Abilitäts? Aha. Mit 400... ...rb gekommen. Na, rb. Cool. Halt! Bleiben sie schön, sie fahren zu schnell. Bleiben sie stehen, sie parken falsch. Hey. Alter. Was ist denn das denn? Das schöne Auto. Ich glaub der Takt. Ich hab zwei Sterne. Ob jetzt ein paar Freunde kommen sollten. Ey, das ist wie ein Auto, ja? Mhm. Du weißt, dass meiner gepanzert ist, ne? Wieder egal. Dass du hier eine Chance hast. Guck mal, wie du fliegst. Zack, und schon hast einen Stern. Nee, hab ich nicht. Nicht? Nee. Uh, Glück gehabt. Nee, verkönnen. Hm, war Glück. Oh, wir leften hier. Ah, nee. Das ist nicht meister proper. Alter. Mann, nee. Gibt's da gar nicht. Hm. Wie er mir direkt hinterher kommt, ey. Gucken wir an. Ja, klar. Speck mir nach Hosenlaschen. Ja, wie so'n, wie so'n feuchter Furz, wisst du, den du nicht los wirst. Hahahaha. Hahahaha. Alter, das ist wirklich stress, kann das sein? Ich da nicht. So, jetzt hab ich mich zu hören. Hast du fein gemacht. Jo. Ex suche immer noch Meister Propan. Marco ist wahrscheinlich ja nicht mehr da. Ach nee, da hinten ist er. Simeon möchte... Nein, kriegt aber nicht. Das ist mein Auto. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Okay. Ah, hier. Sam's. Hm, nicht. Okay. Heißt das denn, für uns ist der unsterblich oder wie? Wer? Was? Was ist der Dropper? Nee, nee. Marco sollte den... ...finden und umlegen wahrscheinlich. Oh. Rang 17. Ja. Ich bin Polizist. Hier ist... Ach so. Das Discount Store. Boah, ich hab schon Donut Store gelesen. Wird schon sagen. Nee, Klamotten beruhig eigentlich nicht. Was ist so ein Donut? Ja, ich dachte, ich geh mal dem... ... dem Klischee nach. Hm hm. Du meinst süßen... ... süßen Ullop oder wie? Hm. Hm. Sorry. Boah, ja. Wie ist das anderes zu tun, als diesen Typen dazu suchen? Ja, ich mal. Was ist hier los? Philipp, wieso hast du ihn nicht gefunden? Sag mal, wo ist er denn? Ja. Hinter dir. Ach so. Yay, Strandparty. Ich hätte vielleicht auf dem Weg bleiben sollen oben. Ich geh mir jetzt erst mal ein T-Shirt holen. Ja, weil das Alter ist nass war. Ja. Äh. Da ist nicht richtig, wenn ich Bruce oder so? Nee. Bruce. Bruce ist ja richtig, ne? Nee, die hat mich gerade so ein Bruce angerufen. Okay. Nee, nee, nicht der Bruce. Oh, hier steht ein Quad. Oder zwei Quads. Ja. Gut, Bruce. Komm ich hier irgendwo mit dem Ding wieder hoch. Ich glaube nicht, wahr? Komm, das Ding haben wir... Das Ding haben wir nie erfahren. Der gehört uns nicht. Das geht nicht. Wir haben das Ding nie gesehen. Alter, wie weit sind wir denn weg? Ach so, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, wir wären extrem weit weg vom Strand. Das sah gerade so aus. Boah, was für ein Sauwetter. Ich glaub mal, diese Meer, die... die ist, glaub ich, schon längst weg, oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das baute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war der Horror. Vielen Dank.